Ich habe vergessen, dass du abonnierst. Skiddup! Heute zock ich mit Maus und Tastatur an der Playstation. Ich hoffe, das wird was. Oh, ja moin. Ich hab einfach nur so in den Chat hier gerade geschrieben. Ja, suchen wir einfach eine Runde. Ich habe nichts umgestellt. Nur einmal, dass ich Duck mit hier Shift-Taste, Dings, dieser Pfeil, der nach oben zeigt. Keine Ahnung. Ich stehe jetzt einfach in die Runde. Ich gucke, was ich reißen werde. Ich versuche zu snipen. Hallo? Wie der? Funktioniert meine Maus nicht, oder was? Abschluss bestätigt Shoothouse. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wie ich was mache. Shit. Ja. 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 Ich kann... Ich kann... Nein! Nein! Fail in der ersten Runde. Wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn das zu laut sein sollte. Wähl die Waffe aus! Danke. Oh. Oh mein Gott. Okay, ich hab das... Ich würde sagen, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Oh. Nein. Äh. Lass da Tue. 6 1 1 Stunden später. Ihr will doch nur meine Einstellung machen. Tja. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Eine Minute, 37 Sekunden später. Mann, brauch ich das hier mit dem Controller. So. Oh, jetzt bin ich ja, muss runter. Ja, nein! Nein! Oh. Oh mein Gott, das ist so schnell. Oh mein, ey. Ja, ich, wie sprintet man? Hallo, wie sprintet? Ich hab mich hingelegt. Yo, das ist ja so unfair. Yo, wie sprintet ich? Nein. Hallo? D? Nein. Nee, D ist... Nein! Molossow geworfen! Ja. Oh, ich hab irgendwas gedrückt und hab angefangen zu sprinten. Boah, shit! Nein! Nein! Ich bin so shit! Womit sprintet ich denn? Mit C? Ich glaub, ich blick... Nein, ich blick nicht. Nein, ich hab jetzt mich aufgestützt. Jetzt hab ich mich hingelegt. Oh, was mach ich? Wie, wie sprinte ich? Weh. Ja... Ja, jetzt kann ich nicht... Ich kann seitwärts sprinten. Digga, ich verstehe, dass ich... Ich will keinen extra Knopf für Sprinten haben. Ich will, wenn ich sprinte, dass er... Ich geh... Mann! Aha! Jetzt geht's. Ja, Mann, ich geh hier raus. Hier arbeiten die nächste Lobby. Das kotzt mich an. Ich hasse... Ich hasse Hauptquartier. Ich brauch so bissle meinen Platz. Wow. Ey, ich bin einfach zu lost. Ich bin einfach zu lost. Hallo, ich will dich doch auswählen. So, ich spiel jetzt einfach hier die Uzi. Ich spiel Pumpgun! Oh mein Gott. Das war extra so ein Flickshot. Merkt ihr, das mag ich extra. Ein bisschen flicky, die Rigski zu sein. Ja, 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 ja. Ja, ja. Nein! Oh! Alter, wie viele Kills habe ich? Vier! Oh! Wie viele Kills habe ich? Ich bin bei sieben Kills. Ich bin zufrieden mit mir. Mal gucken. Vielleicht ist eigentlich noch eine normale Runde dran, wo ich normal spiele. Oh, Alter! Nein! Hä? Egal. Komm. Reicht für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Bewert das Video. Tschüss!